Die Zeitung? Die haben meine Eltern schon immer gelesen. Wo ein Junge habe ich geglaubt, was dort drin steht, das ist die Wahrheit. Später ist alles komplizierter geworden. Zeitungs-Abo auflösen. Einfach wegen dem Titel machen wir das. Spass digital. Was macht ihr denn? Jetzt haben wir noch ein paar hübsche Videos. Emotionen, hallo. Wir haben wie alle Zeitungen und Fotomedia den Auftrag bekommen, in den nächsten drei Jahren das Budget zu reduzieren. Es wird dazu führen, dass wir einen Stellenprozent noch einmal abbauen müssen. Der Dauerregen von Informationen und das verfügbare Wissen ist der Massen gross. Auch der Begriff Wissen weicht sich völlig auf. Heute ist Wissen und Googlen das Gleiche. Das ist das digitale Magazin, das wir planen. Es ist werbefrei. Wenn der Journalismus stirbt, stirbt auch die offene Gesellschaft. Ohne Journalismus keine Demokratie. Und ohne Demokratie keine Freiheit. Ich versuche dort herzuschauen, wo zu wenig hergeschaut wird. Und ich finde immer nach oben treten und nie nach ohne treten. Das versuche ich. Manchmal muss ich einfach ganz blöde Geschichten machen, die den Tag erfordert. Dass es Donald Trump könnte schaffen, Präsident zu werden. Puschen. Puschen! It's about us. Einer Trump könnte das Beste, was es kann passieren. Die Möglichkeiten der Medien sind faszinierend. Aber es wächst auch Misstrauen. Drei, vier, drei, zwei, eins, zwei, eins. Async und Podcast Super-G如何. Herz des Ne regular, Fern險. Drei, drei, zwei, zwei, drei, drei, fünf, acht, Mensa des Lebens. Aber es wird möglich, dass nur mehr vermesen istwickeln. Vielen Dank.